Oh, hi! Mein Name ist Puppet Schulz und ich möchte euch gerne einladen zu meinem Wohnzimmerkonzert am Donnerstag, den 22. Oktober um 20 Uhr hier bei MUX TV. Was wird geboten? Natürlich wird dabei sein mein wunderbarer Gitarrist und Violinist Markus Wienström, mit dem ich jetzt auch auf Tournee bin die ganze Zeit. Aber darüber hinaus werden wir da auch noch zusammenkommen mit einigen Musikern, mit denen ich noch nie zusammen gespielt habe. Von daher schon eine verdammt spannende Geschichte und darüber hinaus wird es noch mal spannender, weil ich auch ein paar Stücke spielen werde, mit denen ihr garantiert nicht rechnet. Vor allem, weil ich sie selber noch nie gespielt habe. Also es wird ein spannender und ich hoffe auch ein sehr lustiger Abend werden, wenn ihr einschaltet am Donnerstag, den 22. Oktober zum Wohnzimmerkonzert hier bei MUX TV um 20 Uhr. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss! Ich bin, wir sehen uns. Tschüss! Vielen Dank.